Mmh, 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 ich glaube das ist die beste Challenge, die ich je bekommen habe. Weihnachten. Wir können schon über Selbstbefriedigung reden. Trocken, was sie weischt haben, sie sind noch etwas verschrumpelt und wässrig, wässrig ist der Tod. Aber von der Farbe her könnte es calamari sein. Ich hatte Magen- oder Darmverstimmung ein paar Tage lang. Nein, trinken macht aggressiv meistens. Im Minutentakt liegen dort riesige Tiere tot am Boden. Jesus! Wo jetzt aber, hä? Das ist also krass.